Herzlich willkommen bei der Earth Defense Force. Hier sind Sargent Rumpel, der Silber Nitrat und der Mad-Eye. Ich habe gerade nochmal die Waffen geupdatet. Ich habe nämlich hier noch einen neuen Raketen-Launcher. Und ich habe gemerkt, dass ich irgendwie die normale MG überhaupt nicht mehr benutze, sondern nur noch die Raketen-Werfer-Sachen. Deshalb nehme ich jetzt einmal Missile-Launcher, beziehungsweise einmal Rocket-Launcher, den habe ich nämlich noch nicht benutzt, und einmal Grenade-Launcher. Da habe ich jetzt mal einen Sniper-Reifel eingepackt. Dein Sniper-Reifel? Mein Sniper-Reifel. Sehr gut. Da muss ich mich jetzt vielleicht ein bisschen öfters wieder beleben, eventuell. Ja, ja. Gucken wir mal. So, Change Color. Ich mache nochmal auf eine neue Color hier. Golden, Grün, Weiß-Rot, äh, weiß-blau war nicht. Orange, Rostig, Schwatt, Knallig-Gelb, Orange. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht entscheiden. Ich mache Weiß und bin dann so eine Art Engel, der vom Himmel schwebt. Ah, okay, mache ich. Ready. Wo ist Weiß? Ich mache auch Weiß. Machen wir einmal White Boys. Alle Weiß. Warte, 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 warte. Ja, I'm flying. Ich komme nicht mehr. Weil du jetzt ja... Ah, ja, rechte Mauer-System, sowas. Ich springe. So, ich gehe mal auf die Gebäude und tschüss. Rums, das hat mal richtig geballert, ey. Ja, get some car! Oh, ohlala. So, das ist doch ganz gut hier. Das fliegt alles durch die Luft. Oh. Sehr gut. Oh, ohlala. Freut mich jetzt gemütlich auf den Dächern, dann bin ich nicht mehr so im Kampf getätet. Tim würde das eigentlich mal sagen, am Ende. Stimmt, der Semi-Hitrat auf dem Dach. Aber, ähm, pass mal auf. Oh, jetzt habe ich gerade nicht richtig aufgepasst. Ich werde jetzt mal das Haus kaputt machen. Nein, nein. Rums, wieso? Geht das nicht kaputt? Das ist falsches Haus. Doch. Ah, doch, jetzt geht es kaputt. Gehe ich aufs andere Haus. Was? Gehe ich jetzt weg. Da habe ich keinen Bock mehr. So, eigentlich habe ich eine Sniper-Reifel. Die Frage ist, wie ziele ich eigentlich mit der? Wahrscheinlich Maus 3? Ah, ja, genau. Maus 3. So, da habe ich ja gerade nochmal den Mad-Eye gerettet. Juhu. Danke sehr. Oh, da ist nochmal... Huch. Ähm, wir haben ein neues Thema. Haben wir aus der Community. Ja. Von, äh, vom guten Xellurad, wenn ich das richtig ausspreche. Nix wem Sinn, das ist auch geil. Finde ich auch mal ein Thema. Aber, äh, ein anderes Thema. Der gute Xellurad hat mal gesagt, was wäre eigentlich, wenn, äh, mal so ein richtiger Stromausfall passieren würde. Wie würde das unser Leben verändern? Beziehungsweise ein Stromausfall, der vielleicht auch mal länger ist als nur ein paar Stunden oder so. Ähm. Und darüber sollten wir doch mal sprechen. Und ich finde das eigentlich ganz interessant. Es gibt ja sogar eine Serie, das hat's ja du auch gleich richtig erkannt, äh, Silber Nitrat, von, ähm, war das Steven Spielberg? Äh, ne, ich meine von J.J. Abrams. Also genau, J.J. Abrams Re-Volt oder Revolution. So hieß die. Genau. Revolution. Ich starb. Oh, er starb. Er starb. Er starb. Er starb. Ich würde dich gleich mal retten, sobald ich mir mal ein bisschen Panzerungen hier geholt habe. So, ich hole jetzt die anderen. Oh, was? Oh, der Meta ist ja unter ganz vielen Monstern. Ja, ich baller mal gerade alle die Monster weg, dann kannst du den wiederholen. Oh, jetzt ist die. Oh, jetzt ist die. Ich will da eine gute Sniper-Position haben. Äh, zum Thema. Ja. Ich glaube, ich, das würde, glaube ich, alles zusammenbrechen, so traurig wie es ist. Wir sind so abhängig vom Strom. Wenn das jetzt, was von, was für einem Zeitraum sprichst du? Also sagen wir mal zwei, drei Tage, wäre, glaube ich, schon fatal. Eine Katastrophe. Fatal. Ja, es war eine absolute Katastrophe. Also es wäre vor allen Dingen natürlich... Ein Tag wäre schon eine Katastrophe, glaube ich. Eine Katastrophe für sowas wie, ähm, Krankenhäuser und so weiter, ne? Weil, ich meine, viele Sachen, klar, also Internet und so hätten wir dann kein YouTube mehr und so. Das wäre natürlich alles furchtbar, aber es wäre jetzt nicht überlebenswichtig, sag ich jetzt mal. Aber es gibt andere Sachen, die ja durchaus überlebenswichtig sind. Und, äh, drei Tage kriegt man vielleicht sogar noch hin, oder? Mit Akkus und mit Batterien und mit Generatoren oder so. Hast du genug Batterien? Ich nicht. Naja, wir sind ja auch kein Krankenhaus, also, ne? Ja, aber ich glaube auch nicht drei Tage. Also, ich meine, wenn ich mich jetzt jetzt selbst angucken würde, was würde passieren? Mein Kühlschrank würde ausfallen, ich könnte nicht mehr YouTube gucken und ich könnte nicht mehr, ähm, Computerspiele zocken. Ich könnte nicht mehr telefonieren, beziehungsweise ich könnte noch einen Tag telefonieren, dann ist der Akku von meinem... Aber, ja, aber die Funkmasten würden ja vielleicht schon gar nicht mehr funktionieren. Ja, gut, dann, äh, das könnte sein, aber, also, ich meine, was würde da, also für mich selbst würde da erstmal noch nichts passiert sein, oder? Der öffentliche Nahverkehr, Straßenbahnen funktionieren nicht mehr, Amtkühl, ich meine nicht mehr. Also, da hätte ich jetzt nicht das Problem damit. Äh, die kompletten Kühlketten im, äh, Supermarkt würden zusammenbrechen. Auch damit, äh... Würde man nochmal auskommen? Ja. Na gut, ich meine, wenn es dann an die Lebensmittelversorgung geht, ist natürlich, dann, äh, haben wir wirklich ein Problem, das stimmt. Also, ähm... Drei Tage ginge dann aber noch, also da müssten wir schon von einem Zeitraum von mehreren... Wochen reden, glaube ich. Bis es so schlimm wird. Ja. Also, ich finde, wir sind schon, oder alle Computer, die alles steuern im Hintergrund. So, ich drück mal das Knöpfchen, ne? Was für ein Knöpfchen drückst du? Get to that Waypoint, wir müssen hier lang. Ähm, ne, aber du hast natürlich recht, also wenn du jetzt irgendwo, weiß ich nicht, in der Notaufnahme bist oder, ähm, keine Ahnung, auf Medikamente, ähm, angewiesen bist, die unter Kühlung stehen, dann wird das natürlich schon, äh, sehr haarig dann. Flugverkehr, irgendwie, das Tower könnte nicht mehr Radar schalten. Aber es würde doch hauptsächlich, also jetzt abgesehen, lass uns mal die, ähm, sag ich mal, die, ähm, Extreme ausnehmen, wie zum Beispiel Krankenhaus, irgendwelche Beatmungsmaschinen oder sowas, ja? Ähm, aber sonst würde es doch eigentlich nur unser professionelles, also unser Berufsleben beeinflussen, oder? Das Privatleben müsste doch eigentlich fast genauso weiterlaufen. Ja, oder guck mal hier, die ganze Börse, wenn man da so abhängig ist von diesen ganzen komischen, äh, oh, ähm, Handelsgeschäften. Oh, wer ist, irgendjemand ist da tot. Ja, ich. Na, wer denn? Und er ist auch ein großer Typ und da sind so viele Zecken hinter mir. Ja, die Zecken sind echt haarig gerade. Oh, ist das wieder so ein Riesending wie beim letzten Mal? Ne, so ganz groß ist er nicht, das ist so einer von den Normalgroßen, sag ich jetzt mal. Boah, ich hätte gerade... Ein Balltot. Ey, und die Zivilisten rennen an mir vorbei. Bei mir auch. Mund-zu-Mund-Bearbeitung. Ich glaube, ich war schon. Mund-zu-Mund-Bearbeitung. Ah, danke. Was ist das denn? Ist das Oralverkehr, oder was? Ich bin auch, ich liege leider jetzt auch irgendwo bei der Tankstelle. Ja, bestellig. Warte, ich komme mal... Hab ihn, hab ihn. Habt ihr schon. E drücken? Ja. I'm flying. Boah. Super. Aber ich meine, wir sind jetzt seit, was weiß ich, 120 Jahren. Gut, da hat es angefangen mit dem Strom 100. 120. Da sind wir so dermaßen darauf angewiesen, auf die quasi ultimative Energiequelle, die einfach in jeder Art und Weise für uns arbeitet. Ich glaube, es wäre schon wirklich sehr fatal. Ich glaube, man müsste sich halt umstellen. Aber es gibt ja durchaus, ähm, sag ich jetzt mal, Leute, die es schaffen, ohne Strom zu leben. Also die Amish-Leute, ich meine, das ist halt eine reine Frage der Organisation. Und glaubst du nicht, dass man nach einer gewissen Zeit man sich organisieren könnte, so dass man auch ohne Strom... Das glaube ich auch. Also, wenn... So unvorbereitet wäre es natürlich schon schlecht. Aber wenn du wüsstest, okay, wir haben in drei Monaten keinen Strom mehr... Genau, wenn die GEW-Werke sozusagen das ansagen. Leute, wir werden in... Genau. In genau drei Wochen haben wir ein Riesenproblem und werden für vier Monate keinen Strom liefern können. Der Millennium-Bug. Genau. Dann, ähm, ich glaube schon, dass man sich ein bisschen vorbereiten könnte, oder? Es gab ja auch schon früher Kühlmethoden, ohne dass es Strom gab. Es gibt auch Kühlmethoden nach wie vor, mit Gas zum Beispiel. Kühlschränke, die auf Gasbasis laufen. Ja, aber hast du die? Oder wer hat die denn? Na ja, gut. Da muss halt dann sowas irgendwie organisiert werden. Ich sage ja nicht, dass es irgendwie sofort alles genauso ist wie vorher, aber ich... Also nach einer gewissen Zeit könnte ich mir doch vorstellen, wenn es jetzt irgendwie unabdingbar ist, dass es also nicht mehr besser geht und man das nicht mehr hinkriegen kann, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie... Brauche ich mir gleich tot. ...irgendwann, ähm... ...dazu führt, dass wir auch ohne Strom oder alternativ irgendwie leben können. Natürlich ist es nicht mehr das gleiche Leben und es wird bestimmt nicht mehr so schnell sein wie vorher und so rasant und so technisch... Ja, aber alle Grund... Ich würde schon sagen, alle Grundlagen, auf denen wir jetzt fußen, äh, die werden... ...äh, weg. Und ich glaube, man müsste dann schon wirklich radikal, äh, sich was Neues ausdenken. Lass uns mal gemeinsam hier auf den, auf den hier konzentrieren erst und dann erst auf den anderen. Ja, ich bin schon an dem anderen dran. Ich bearbeite ihn schon seit einer Stunde. Ja, aber wenn wir, wenn wir gemeinsam auf einen gehen, dann ist einer weg und dann ist es einfacher. Ach, ich bin fast tot. Ich bin tot. Oh. Ja, siehst du, das ist auch nicht gut, wenn man alleine auf einen geht. Ich komme mal zu dir. Zu Dish. Boah, der steht ja auch jetzt bei mir... Der steht mir auf dem Fuß. Okay, einer ist da und... Dankeschön. Sauber. Der andere läuft gerade ein bisschen schneller. Der hat ja auch einen Kieker. Wir haben die gar nicht zurückschrecken, irgendwie so ein bisschen reagieren, wenn die mal von so Raketen getroffen werden. Nein, das ist ein bisschen da. Furchtlose Roboter. Ja. Ja, furchtlose. Ich meine, das muss ja allein schon der Impact physikalisch... Huch, da ist ja noch so einer. Haben wir drei von denen gehabt? Ja, da ist einer dazugekommen. Ich treff den gerade nicht. Die sind ja auch neben diesem Rotleuchten wieder kaputt. Verwundbar, gell? Ja. Uah. Ich weiß nicht, aber so eine Aussparung wie bei den anderen ist das irgendwie nicht. Nee, das stimmt. Der eine ist weg, oder? Nee. Nee. Also kniete wir denn gerade so? Der war ein bisschen aggro. Also wir hatten ja lange ein Ferienhaus, unsere Familie, und da hatten wir auch keinen Strom. Da waren wir dann immer drei Wochen komplett ohne Strom unterwegs. Aber wie beantwortest du denn deine Facebook-Messages? Gar nicht. Das ist halt, das ist halt, das ist halt, das ist ja eine Erscheinung, ah, jetzt ist er aber weg. Das ist eine Erscheinung der jetzigen Zeit irgendwie, ne? Und was habt ihr da so gemacht, beziehungsweise wie habt ihr euch beleuchtet? Das ist alles mit Gas gewesen. Das sind Gaslampen, Gas-Kühlschrank, Gasherd, also das war immer mit diesen Gasbuddeln, so mit diesen typischen Propan-Gas-Dingern. Ich frage mal, dein Auto springt ja schon mal vorbei, du hast ja noch ein bisschen deine Lichtmaschine. Gut, okay, ja, also das Auto, ähm, das, das Anwerfen, das lief natürlich auch mit Strom und auch das Licht vom Auto lief mit Strom und das hatten wir natürlich dort auch, aber es war jetzt keine, wir hatten, wir haben halt keine Anbindung an den Strom an sich gehabt, also an Stromnetz, ne? Und das ging auch, also, ist natürlich klar, man verliert, also, natürlich schon, ich hatte sozusagen meine, meine Kassettenrekorder und so weiter, so ein Walkman, ich bin tot, ähm, hatte ich dabei, der mit Batterien lief. Das ist leider auch fürchterlich schlecht. Und wenn ich die Batterien irgendwie aufgebraucht hatte, dann war es halt vorbei. Dann muss ich mich anders, Dankeschön, Medaille. Bitte. Ähm, dann muss man sich anders beschäftigen und ich fand das aber auch cool, weil wir haben da natürlich auch sehr viel draußen gespielt und irgendwelche Sachen gebaut und so. Du kannst revanchieren schon, um meiner Leiche. Ich revanchiere dich, ich vergeh mich mal an deiner Leiche. Danke sehr. Bitte sehr. So, jetzt aber hier. Komm schon. Aber wir sind uns doch einig, dass wir den Lebensstil, den wir jetzt gerade fahren, dass der sozusagen so nicht mehr isolieren würde. Das ging wirklich nicht. Man müsste sich schon was, ähm, anderes. Ich glaube, dann käme man dazu, mal wieder ein Buch zu lesen, ne? Was bedeutet das? Man käme dazu mal wieder ein Buch zu lesen. Ja, genau, das haben wir auch gemacht. Natürlich sehr ausgiebig. Ja, aber die müssen ja auch irgendwie zu dir kommen. Ich will survive. Tja, elektronische Musik wäre dann auch weg, ne? Komplett. Ach ja, unsere ganzen CDs und so. Die ganzen Metaller würden nur noch Akustik-Gitarre spielen. Das habe ich übrigens mal in Paris gesehen. Das war echt strange. Da waren so, äh, drei, oh, der Similiterrad, der greift sich hier immer alle Goodies weg. Ah, jetzt gibt's hier wieder. Ich muss snipen mal wieder woanders hin. Ich hab keinen Bock auf euch. Ähm, jedenfalls war es eben in der Pariser Fußgängerzone, da waren da so vier Indios. Und die haben aber nicht diese typische Indio-Musik gespielt mit Panflöte und Co., sondern die haben halt Metal gemacht, aber hatten kein Geld für den Verstärker und den Verzerrer und haben damit, mit akustischer Gitarre, waren die da irgendwie unterwegs und haben aber auch geschrien halt, aber auch ohne Mikrofon natürlich. Ähm, also haben sie so geschaut und haben so AC-DC so ein bisschen gesungen. Ziemlich schlecht auch insgesamt. Und ich war mit meinem Vater da und mein Vater, der hat mich halt voll ausgelacht, weil der gesagt hat, weil der, dem war halt immer mein Metal auch immer so ein bisschen Dorn im Auge. Ähm, hat gesagt so, hier, das ist doch toll, Metal, hier, willst du nicht dem was geben? Und so. Voll aufgezogen. Aber es klang auch echt schräg, muss ich sagen. Was, das waren Mettler, die nichts dabei hatten? Ja, die hatten keine, der hat alles akustisch gemacht sozusagen. Ich meine, es gibt natürlich inzwischen, äh, äh, auch akustische Tracks von irgendwelchen Metal-Songs. Dieses Apokalyptica oder wie die heißen. Ja, Apokalyptica sind ja auch ein gutes Beispiel, aber die waren halt echt, äh, das klang halt wie Stöpsel raus halt, ne? Und plötzlich, huch. Ich habe auch mal so eine Dokumentation gemacht über Musik. Ähm, und da habe ich dann tatsächlich, haben dann die, die Volksstühne, da habe ich so verschiedene Metal-Genres, äh, Metal-Genres, sag ich schon, Musik-Genres immer anhand von Interviews beleuchtet. Und einer davon war eben Metal natürlich, und ein anderer war, äh, volkstümliche Musik. Und die haben ja, die haben ja dann gesagt, äh, das waren so bayerische, äh, die drei Zwiedern hießen die. Und die haben ja gesagt, ja, ja, äh, steck raus Musik aus, ist bei uns nicht, gell? Also die könnten auch, äh, im Falle einer, ähm, eines kompletten Stromausfalls weiterhin Musik machen. Das wäre im Metaller natürlich dann irgendwie schwierig. Wenn plötzlich alle nur noch, äh, äh, akustische Versionen machen von ihren Liedern. Würde es euch gefallen, wenn der Strom aus wäre? Hör? Würde es euch gefallen, wenn der Strom mal in längerer Zeit aus wäre? Ich glaube, ich fände es nicht schlecht. Und es gibt ja auch einmal, ich weiß nicht mehr, wo das, wo das kam, aber diese eine Geschichte von dem Stromausfall, wo irgendwie in der längeren Zeit Strom weg war und danach die Geburtenrate so angestiegen ist, weil plötzlich sich alle Leute mal wieder mit, äh... Panda-Sachen. Kostenlosen Sachen. Genau, mit kostenlosen Sachen, die eher Energie erzeugen als... Ähm, Raum, ne? Insofern... Also ich fände es, ich höre es mal ganz lustig, wenn es war, es läuft ja natürlich auch nicht zu lang, was hier, weil ich bin halt doch auch irgendwie abhängig von den ganzen, äh, ja... ...den ganzen Spaß, den man mit Strom haben kann. Das klingt ja jetzt auch falsch, aber egal. Oh, hier ist aber, hier jetzt, äh, apropos Strom, hier sieht es aus, als wäre so ein Kraftwerk, so zwei Kühltümmel hochgejagt worden. Ja, hier sind auch wieder jede Menge Ameisen. Ja, aber die kann ich ganz gut... Aber da hinten, äh, sind wieder so Öffnungen, waren die, war das nicht mehr so, dass man die sprengen musste? Ja, könnte sein. Aber hier haben wir nur einen Totenkopf, da ist kein gelber Pfeil. Da haben wir sowas in der Art wohl nicht zu tun. Aber ich kann hier mit dem Panzer ganz gut reinschießen und erledige damit immer gleich, äh, haufenweise von den Ameisen, das ist ganz gut. Hm. Oh, die Ameise stört mich hier beim Sniper. Huch, es kommt von der anderen Seite auch noch eine Ameise. Und da habe ich mit das Haus mit weggemacht. Wenn irgendjemand schreit, warum? Jaaa! Ich. Ich stehe hier oben auf dem Haus. Ich schnaife hier. Habt ihr denn mal, wart ihr nicht mal urlaubmäßig unterwegs, wo ihr keinen Strom hattet? Ja, krägt maximal, ne? Campen. Campen. Und dann hat der Akku vom Handy gereicht. Ja, ich hatte mir dann so ein Solarpanel gekauft, wo ich meinen Handy aufladen kann. Ich wusste gar nicht, dass du so, äh, so technikabhängig bist. Fixiert. Ja? Ja, ich, ich meine, ich arbeite ja für meine Firma und da muss es natürlich auch irgendwie erreichbar sein mit irgendwas. Echt? Echt? Aber im Urlaub, da ist doch irgendwie Urlaub. Da kann man auch mal sagen, jetzt ist gut, oder nicht? Jaaa, nicht so ganz. Manchmal haben wir dann so Arbeitstermine direkt auch gehabt, nachdem ich aus dem Urlaub zurück kam. Das heißt, da muss ich das ja schon irgendwie wissen. Ähm, ob das quasi klappt oder nicht, oder ob da jetzt auch was nochmal abgesagt wird. Das ist ja crazy, wenn ich Ameisen überfahre, dann explodieren die. Ah doch, hier kannst du echt planten, aber ist nicht unsere Aufgabe. Ja, aber dann kommen da keine Ameisen mehr raus, ich kann die auch kaputt schießen, die Ameisenhügel. Ja, ist doch super, mach das mal. Warte, ich habe aber eingeplantet. Viel schneller. Ne, ich habe eine Errungenschaft gekriegt, das ging in Ordnung, glaube ich. Dammit. Ja, eigentlich nur beim Campen und da, letztes Mal hatte ich sogar mein iPad dabei, muss ich sagen. Beim Campen? War ich auch ganz cool. Abends noch mal so ein kleines Filmchen gucken. Ich bin ja so ein GPS-Freak, ne? Ich finde das sehr cool, wenn ich so ein GPS dabei habe. Ich würde mich wahrscheinlich verlaufen ohne Strom. Aber die gehen wieder auf, die Teile, ne? Ja. Ja, ich habe den gerade zugemacht und jetzt ist er wieder offen. Ich plante schon wieder. Oh, der wird auch gerade wieder auf. Ah, jetzt ist er kaputt. Du musst da tatsächlich planten. Ja, ich habe da geplantet. Sehr gut. Und ihr schießt den jetzt mal nicht kaputt, den hat er ja auch gerade geplantet. Tee, da ist ja in der Nest. Wie komme ich jetzt da hin? Kann ich da hochfahren mit meinem Panzer? One? Yes! Die Spiders are coming. Spiders are coming? Where? Außer Loch. Ah, da müssen wir auch wieder... Da... Boah, jetzt geht es aber ab hier. Da kommen ja wirklich Spiders an, ey. Da ist ganz geil. Da wo ich stehe kommen die nicht so richtig hin. Die sind so ein bisschen Pathfinding-Probleme. Keine. Das Spiel optimal ausgenutzt. Boah, ey, was war das? Das war der Panzer. Ah, du Hirni, ich war gerade fertig mit planten und gleich kommen sie wieder. Macht dem Grumpel Spaß, ne? Ja. Hast du da hingeplantet oder nicht? Nein, jetzt plant ich nochmal. Danke. Boah, Grumpel, hast du ja geguckt, dass du in Köln wohnt, ey. Das wirst du wieder vor die Haustür kacken oder was? Ja, wie letztes Mal auch. Was? Du warst das? Du hast das doch mit so einer kleinen Papiertüte gemacht, die angezündet und dann hast du noch geklingelt und bist weggelaufen. Genau. Und hab dabei gekichert. Oder so eine Ameisen. Ja, da müsste auch noch irgendwie so ein Ameisenhaufen sein. Ostl, du musst planten. Ja, ich bin da planten. Wo muss ich denn hin? Ost. Wo muss ich hin? Ost, 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 Ost. Hier, da, wo der Panzer ist. Am Marzahn. Hier ist gar keiner, hier sind nur noch Zivilisten. Verdammt, der Kack-Zivilisten. Ja. So, aber wisst ihr, was auch nicht ohne Strom ginge? Was? Kriech. Kriech, aber das ging auch früher ohne Strom, mit Schwertern und so. Ja, aber das wäre dann Chivalry, dann wäre es wieder ganz cool eigentlich. Ich weiß nicht, ob das so viel Spaß macht. In RL. Aber wo zum Henker... Aber immerhin gehen keine Massenvernichtungswaffen mehr, oder? Das ist richtig. Ja, ja. Ja, also man könnte natürlich noch irgendwelche chemischen Waffen oder biochemischen Waffen einsetzen, aber... So eine Atomakete kannst du dich auch noch zünden. Ja? Wie denn? Mit so Flint... Mit so Feuerstein oder was? Nee, in der Atombombe ist ja in der Tat sozusagen ein ganz normaler konventioneller Sprengkörper drin, der quasi das Ganze erst entfacht. Ey, aber die LED-Anzeige allein zum Countdown, die ist doch strombetrieben. Ja gut, aber wir brauchen schon Countdown. Eins, zwei, drei, los. Oh, wir haben eine Mantis hier wieder. Wir haben hier auch so eine Riesenspinne. Oder meinst du das damit? Nee, die Mantis meine ich auf der anderen Seite. Die Mantis haben wir auch gesehen. Ah, ich sehe sie jetzt auch. Ich sitze hier gemütlich auf dem Turm und snipe hier rum. Ach, hier und wir Zecken haben wir auch schon wieder. Ja, das sind die von der Riesenspinne. Wollen wir erst Riesenspinne machen oder erst die... Dann haben wir zwei Mantises übrigens. Oh ja, tatsächlich. Haben wir? Wird ja doch immer mehr jetzt dann, ne? Mantissen? Mantissen. Das ist ja das Plural von Mantis, Mantissen. Weiß ich nicht. Ich glaube, die Folgen werden auch immer länger. Oh, und der Panzer ist so langsam, als hätte ich da einen Go-Kart drin und müsste damit Pedalen für den Antrieb sorgen. Oh, die hängen jetzt alle hier bei mir auf einem Tauer rum. Ja, weil die alle den Camper jetzt gefunden haben und da sauer sind. Schon. Der Stryver ist halt ein Camper an sich. Ey, ich kann nicht mehr ballern mit dem Panzer. Was ist denn da los? Deine Muni ist leer. Was? Nee, kann nicht sein. Oh, die Spinne ist so widerlich. Ey, bitte was? Der hat... Das gibt's doch nicht. So albern. Oh, ich hänge fest. Oh, jetzt bin ich tot. Also, der Panzer ist kaputt, meine ich. So eine Art Elektro-Schrollflinne, die ist eigentlich ganz geil. Boah, jetzt will die endlich, dass diese scheiß Spinne kaputt geht. Das gibt's doch gar nicht. Die nervt, ne? Die ganzen scheiß Zeckenviechern. Boah, da muss man aufpassen, dass die eigentlich umrennt. Ich hatte das Gefühl, ich muss die ganze Zeit nachladen. Jetzt geht's richtig. Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö eigentlich ganz geil, wenn die sich gegenseitig auch noch Schaden machen würden, aber das passiert natürlich nicht. So viel Glück haben wir dann nicht. Oh, ich hab wenig Lebensenerg fällt mir da auf. Ich muss mal kurz meinen Camping-Spot fangen. Da, eine Spinne ist weg. Sauber, Medei. Haben wir ja guten Teamwork hingekriegt. Schön. Ich hab mitgesnipet. So, haben wir jetzt das Thema Strom soweit durch. Dann würde ich einfach sagen, wir machen jetzt diesmal tatsächlich in dieser, also bevor wir die Karte hier fertig gespielt haben, eine Aufnahmestopp und sehen uns mitten in der Action im nächsten Thema wieder. Machen wir es. Sehr gut. Bis dahin, Freunde. Bis gleich. Tschö. Tschö. Tschö.